Wie kann ein Museum der Zukunft sein? RealDigital versucht zu zeigen, wie es zum Ort der Innovation und des Austauschs werden kann. Wir schaffen Kultur, indem wir uns analog und digital miteinander austauschen. Unser Miteinander ist schon lange Hybrid. Digitale Innovationen nahmen Einzug in unser Leben wie noch nie zuvor. Eines der Learnings aus der Pandemie ist ja, dass die Selbstverständlichkeit, wie man Streaming-Angebote annimmt, enorm gestiegen ist. Und gleichzeitig die Art und Weise, wie wir produzieren, wir sehr viel lernen konnten und mittlerweile ganz schlank und mit einfachen Mitteln völlig in den Alltag des Betriebes integrieren. Für das Humboldt-Forum entwickelt das Teilprojekt RealDigital eine besondere Form von hybriden Kulturveranstaltungen. Wir möchten Partizipation möglich machen. Das Toolkit liefert öffentlich zugängliches, also nachnutzbares Erfahrungswissen. Es unterstützt bei der Konzeption und Umsetzung hybrider Veranstaltungsformate. Wir möchten die Möglichkeiten hybrider Formate besser verständlich machen. Bei RealDigital kann das Publikum mitreden, fragen und diskutieren, egal wo es gerade ist. Es kann direkt per Smartphone, Tablet oder Computer teilnehmen. Die Fragen werden automatisch auf Deutsch oder Englisch übertragen. Die TeilnehmerInnen können die geposteten Beiträge von anderen wählen und somit entscheiden, welche Fragen im Panel gestellt werden. Technische Möglichkeiten versetzen uns in die Lage, schnell und agil auf das Zeitgeschehen reagieren zu können. Dazu kommt, dass wir das Publikum vor Ort und aber auch digital verbinden können und beide gemeinsam das Geschehen auf der Bühne beeinflussen können. Das Humboldt-Forum ist ein Ort für Kultur und Wissenschaft, für Austausch und Debatten. Ein neuer Ort mitten in Berlin. Bei uns im Humboldt-Forum spielt natürlich die internationale Zusammenarbeit eine ganz wesentliche Rolle. Und auch das ist in einem ganz anderen Maße mittlerweile möglich geworden. Die Art der Vernetzung, der Teilhabe und des Austausches, was hier für unsere Arbeit essentiell wichtig ist. Sparten, Sprachen und Länder rücken im musealen Erfahrungsraum zusammen. Wir alle bauen unsere gemeinsame Kulturplattform. Ohne Grenzen. Sparten, Sprachen und Länder. Vielen Dank.